Lucky Lars, komm mal an! Lucky Lars ist an, bitte, 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 drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen, drückt mir, komm, wir gehen auf 40 Pilze, bitte, 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 oh, die ist zu krass. Hallo, 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 weiter geht's mit Check the Fidget, willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part und in diesem Part möchte ich heute ein paar Sachen ansprechen, ich hoffe, das ist okay und wir starten aus der 24, ich hab schon ein paar, ich hab schon mal alle fertig, aber ich wollte noch ein Part aufnehmen, weil ich grad richtig Bock habe, dachte ich mir, okay, nimmst du einen auf, hast du Spaß und dann seht ihr das auf jeden Fall. Server 24 starten wir, 300 Alu haben auch noch ein paar Server dabei, also über ganz so viele hab ich schon ein bisschen was abgefrühstückt heute, aber das sollte soweit passen. Starten wir immer Server 24, ist halt immer andere Konstellation, Konstellation, ja, Lars kann das deutsche, quasi die deutsche Sprache nicht mehr ganz so gut. Oh, Aura 7 lädt ja gerade hier, wie man sieht, perfekt, Performance-mäßig läuft mal wieder bei mir, es kann sein, dass ich grad ein paar Lags hab, ich weiß nicht wieso, scheinbar lädt da irgendwie mal wieder ein paar Pornos runter bei mir im Netzwerk, ich weiß nicht wer, das ist schnell, ausmachend schnell. Nein, so, erst mal schnell das Klöschchen, pump ich mal was reinwichsen, dann passt es soweit. Also mein Trank ist grad ausgelaufen, hab ich eben gesehen, mein Ausdauertrank, nicht ganz so geil, da war ein Trank des ewigen Lebens, vielleicht für keine Pilze auf Server 24, weil wir haben, oh, schade. Wie ihr da weiß, ich spiele ja nur 100 Alu und lade ja keine Pilze auf. Die Challenge ist zu Ende, sie ist vorbei, sie war großartig, sie hat Spaß gemacht, es gab auch viel Kritik, viele Meinungen, viele Hater und den ganzen Scheiß, wir wollen nicht jetzt einfach mal abhaken, das war auf jeden Fall da. Sie war da und ich möchte einfach kurz ein paar Themen ansprechen, beziehungsweise kurz auf die nähere Zukunft von diesem YouTube-Kanal ansprechen, was hier alles so abgeht, beziehungsweise was ich geplant habe. Vielleicht ist da der Shakespeare jetzt als Let's Play, nehm ich einfach, weil die meisten Viewer Shakespeare bei mir schauen. Es ist einfach Fakt, die meisten gucken das und so gut wie alle haben mich deswegen abonniert und deswegen möchte ich kurz ansprechen, was dort bald in der Zukunft passieren wird, beziehungsweise was ich hier machen werde, denn ich denke mal, damit spreche ich den Großteil meiner Community an, natürlich nicht alle, aber so gut wie alle. Weil, ja gut, Kock schauen auch ein paar, aber die, ja, Schecks und Fitch, ja gut, man kann, ich denke mal, dass die meisten, die Kock schauen aus Schecks und Fitch schauen, von der passt es. Weil das eigentlich ein Spiel ist, was jeder gut findet. Ich werde einfach mal einen Zauberlangen kurz blättern, weil ich brauche einen Ausdauertrank, der wäre mir sehr wichtig. Ausdauertrank, komm zu mir, ach nö, was will ich mit denen rotz, jetzt gib mir doch einen Ausdauertrank. Jetzt ist es nochmal noch Gold-Event, deswegen flutscht es hier gerade richtig rüber und man hat so viel Gold auf der Tasche, man könnte sich so viele Schlampen kaufen, die alle wegklatschen. Und es ist halt der Babu im Klapp und wirft mit den Fummis in den Club, aber nö, jetzt habe ich keine Pilze mehr. Jetzt habe ich keine Pilze mehr und habe keinen Ausdauertrank bekommen, das ist sehr scheiße. Das ist nicht so geil. So, ab in den Dungeon, meine Begleiter, die sind soweit, glaube ich, alles geskillt. Ja, wir fangen erst mal mit Shakespeare an, was wird da passieren, also das normale Let's Play werde ich erst mal fortführen. Server 35 steht sehr krass in den Startlöchern. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall, oder ich denke mal zu 100 Prozent, dass dort wieder das Tagebuch kommen wird. Und wir sind mal gespannt, ob da mit Server 35 ja dann die große Erwartung kommt. Ein großartiger Server wieder nach langer, langer Weile. Ein großer Server, wo ganz, ganz viele Leute machen, wo ganz viel Konkurrenzkampf oben ist und wo man richtig viel ausrasten kann. Wo man durchdringen kann, wo man sich nackt aussehen kann, auf dem Tisch rumtanzen, wenn man eine Achse in der Hand hat und irgendwelche Leute aufspalte. Sowas in der Art. Sowas sollte passieren. Ich bin gespannt, ich hoffe mal, das passiert. Ich kann es euch aber nicht sagen. Aber gut, 35, naja, das ist natürlich jetzt ein schlechter Kampf. Ohne Ausdauertrank haben wir da keine Chance. Server 35, also die gerundeten, nicht die gerundeten, sondern halt die mit einer 0 und einer 5 am Ende, sind immer die krassesten Server. Da wird richtig durchgedreht. Und deswegen glaube ich wirklich daran, wir brauchen Düse gar nicht versuchen. Ohne Ausdauertrank, Düse, das wird nichts. Gehen wir lieber hier rein. Sind die krassesten mit 0 und 5 am Ende. Deswegen glaube ich wirklich, dass Server Nr. 35 geil wie 30 war schon richtig geil. Habe ich einen Fehler gemacht, habe ich nicht weitergespielt, war mein Fehler. Entschuldigung, ich würde mir gerne deswegen etwas in mein Popo reinschieben. Oder meine Nase. In meine Nase ist auch sehr schön. Das war echt ein Fehler von mir. Entschuldigung. Ich hätte vielleicht doch etwas mehr spielen sollen. Ciao Bewertung, schreibt der Kollege. Hallo Zuschauer, ich habe vor ungefähr ein bis zwei Monaten angefangen, deine Videos zu gucken. Und ich muss zugeben, dass deine Videos echt nice sind. Du bist der beste Let's Player der Welt. Ich würde mich über eine Chartbewertung sehr freuen. Bin ein 100-Alu-Spieler-Ausnahme-Events. Alles gleiche, Mr. Mage, wir schauen mal eben. 98,82%, 99% SA ist glorreich und sehr genial. Du bist 100-Alu-Spieler, stattest du dich gerade? Und dann so krass unterwegs hier? Nicht schlecht, mein junger Freundin, nicht schlecht. Sehr schönes Equipment. Hast bestimmt geblättert. War zum Epic-Event, lernst du ein bisschen auf. Das macht doch Spaß, das kann man auf jeden Fall machen. Pilze, hast du bestimmt. Ich weiß es nicht, ich wollte Tränke sagen. Wollte mich rausdrehen, ging aber nicht. Tränkemäßig sieht sowas alles top aus. SA ist top, das gibt erstmal ein Doppel-Nice. Nice. Deine Frisur gibt leider ein. Not nice. Die gefällt mir nicht ganz so. Hast du zu oft mit nassen Finger oder mit feuchten Finger in die Steckdose reingefasst? Also in die feuchte, wisst ihr Bescheid. Von den Werten als Intelligenz-Boy. Passt es auf, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Intelligenz gehen, sonst passt es. Das ist alles in Ordnung. Stufe 246 mal bitte weiter so, mein junger, bärtiger Freund. Du siehst sehr stylisch aus. Außer die Haare, die gefallen mir nicht so. Ja. Und Tagebuch wird also kommen. Das werden wir machen. Haben wir eigentlich jetzt schon alles fertig hier? Wir haben schon alles fertig. Auf Server 24 gehen wir auf Server 30 schon. Den ich gerade angesprochen habe. Hat mich ja einen großen Fehler gemacht. Also ich bin dabei, Tagebuch wird es geben. Wir werden wieder durchdrehen, wie lange das Tagebuch geht. Weiß ich denn jetzt kann man natürlich auf euch an. Oh, wir können... Verdammt, ich war schon auf Server 30 heute, ne? Ich war schon auf Server 30 heute. Entschuldigung. Ich habe Server 30 schon gemacht. Egal, dann werden wir den Rest noch kurz verskillen, was wir bekommen haben. Und vielleicht nochmal einen Versuch können wir eh nicht machen. Aber in der Gilde ist hier noch ein Kampf. Genau, sehr schön. Also, Server 35, Tagebuch wird es geben. Ich komme die ganze Zeit hier gar nicht zu dem, was ich sagen möchte. Wir werden dort spielen. Wir werden dort so lange spielen, wie ihr Lust habt. Beziehungsweise wie ich Lust habe, wie das Feedback ist und wie wir durchdrehen. Wenn es richtig geil läuft, wird es sogar länger geben. Und ich habe schon angesprochen, Server 35 könnte wirklich der Krieger werden oder der Server, wo ich etwas länger spiele mit einem Krieger, den ich von 0 bis irgendwas spiele. Dann passt es auf jeden Fall. Austritt, ja. Gilden intern, okay. Gehen wir schnell weiter auf Server 33. Das ist nämlich auch ein sehr schöner Server. Obwohl es schön, man kann es sich sagen. Ja, das ist dann so geplant. Tagebuch. Eine Challenge wird es dann auch irgendwann wieder geben. Ich denke mal, mit dem Tagebuch zusammen werden wir das nicht überschreiten bzw. überschneiden lassen. Schön, weil das wäre wieder drei Videos, Shakespeare, Fidget am Tag, wäre etwas viel. Habe ich einen Trank des ewigen Lebens oder was? Natürlich, läuft bei mir. Nice. Wo nehme ich denn die, oh, die Glückstränke war so doof von mir. Eigentlich muss ich die wegschmeißen, aber mache ich jetzt nicht. Wenn sie überbehalten spielen, nur 100 Alu hier, also werde ich sie behalten. Und werde dann später, wenn die Glückstränke auslaufen, den Aufsauertrank mir genüsslich in die Kauleiste reinkleben, dann passt es auf jeden Fall und genüsslich ran saugen. Moment, die Waffe kann dann weg. Also ganz viele Challenge, ganz viele Unterschiede, damit wir, oh, Levelaufstieg, damit wir Abwechslung bekommen. Und das normale Let's Play, dort wird es auch bald ein paar Neuerungen, kann man so sagen, geben. Ein paar neue Server holen wir mit rein. Da ein paar neue Sachen, vielleicht werde ich ein paar spezielle Charaktere machen. Ist sogar schon in Planung, wo ich nur dies und das bestimmt noch so Challenge-mäßig im normalen Let's Play nur für mich als Challenge. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Sowas wird alles geben. Und so werden wir erstmal weiterlaufen lassen. Wenn ihr noch Vorschläge und Ideen habt, was ich bei Shakes & Fidget wirklich noch so machen kann, damit noch ein bisschen Abwechslung kommt, sagt ihr, okay, lasst es. Oh, verdammt, jetzt habe ich die Nachrichten gelöscht. Entschuldigung, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Betreff, mein Abschied, was schreibt der Kollege hier denn? Servus, Leute. Gehen Leitung anvertraut. Oh, auf Server 33, okay, das ist alles noch gelöscht. Ich lösche mal die ganze Scheiße hier. Ist jetzt keine Scheiße, aber das sind halt sehr, sehr alte Nachrichten noch. Und ich hatte mein Passwort die ganze voll. Huh, bist du da? Rocky Dad, ich bin da. Soll ich ihn kurz anschreiben jetzt? Na, egal. Ach, zu, das war vor knapp einer Stunde. Hm, okay. Ja, das ist mit Shakes & Fidget geplant. Also seid gespannt, es wird weitergehen. Es wird weiter zwei oder ein Video geben. Ich denke mal, weißt du, es ist nur eins, aber manchmal auch zwei, mit Tagebuch und so weiter, wird es ja wohl zwei geben. Da werden wir auf jeden Fall, jawohl, ich habe gewonnen. Yes, nice. Wenn wir Spaß haben, werden wir loslegen. Also Shakes & Fidget werden wir genüge noch bekommen auf meinem Kanal, weil es natürlich gut läuft. Clash of Clans wird so weitergeführt. Ganz normal, wie bislang. Ich werde da versuchen, noch ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Ihr wisst, Abwechslung ist mir wichtig, weil sonst wird es einfach langweilig. Oh, der Clown könnte vielleicht fallen, weil wir skillen. Skillen, skillen, waffeln, habe ich das schon durchgeschaut. Intelligenz, ja, ich habe so viele Epics. Verzauberung, habe ich denn die alle drauf? Auch nochmal nachgucken, natürlich, das ist sehr schön. Ah, jetzt, ich versuche nochmal den Clown, vorher skille ich noch, was skille ich denn? Intelligenz, ein bisschen Ausdauer, hier noch ein bisschen hoch. Intelligenz, Intelligenz, Ausdauer, Ausdauer, Intelligenz. Cock, wie gesagt, ich möchte gerne auch sowas machen, wie zum Beispiel nur damit angreifen, nur mit der angreifen, mit denen zum Beispiel nur mit Schweinebärreiter angreifen. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine, damit wir auch ein paar spannende und tolle Kämpfe haben und vielleicht coole Wiederholungen auch mit einführen. Das ist so mit Cock geplant, also Cock wird auch nochmal täglich weitergehen. Dann, wenn mein, oh, oh, wenn mein neuer PC da ist, möchte ich gerne wieder mit Minecraft starten. Ich kann es euch jetzt einfach so offen sagen, ihr seid ja, ihr seid ja da, ihr wisst das ja, die meisten wissen ja schon, ich habe es ja schon mal angesprochen, ich habe wirklich vor, wieder mit Minecraft anzufangen. PvP-Mass, ich möchte gerne alles spielen, Jump'n'Runs und Adventure-Maps werde ich wohl auch spielen. Also, dass da was kommt, ob es täglich kommt, weiß ich noch nicht, wie ich das hinbekomme. Ich muss hier hin, Schwanz im Mund, Entschuldigung, wie ich das hinbekomme mit dem Rhythmus. Das ist wahrscheinlich, das sind sehr, sehr viele Videos am Tag. Muss ich gucken, ich kann Minecraft, zum Glück, zum Glück kann man das vorproduzieren. Deswegen könnte es sein, dass ich dann immer mir sage, okay, Sonntag werde ich dann immer für die ganze Woche, jetzt kommt doch schon, ich will nicht so viele Pilze ausgeben, verdammte Drecksack. Ach, leck mich doch, geht lieber in den Turm. Dass ich dann so sagen werde, okay, ich werde Sonntag dann einfach sieben Parts aufnehmen. Das ist ein bisschen viel, aber mal gucken, dann nehme ich sieben Parts auf und in, äh, Ja, und dann habe ich quasi siebenmal für 20 Minuten, dann habe ich auf jeden Fall gut was zu tun. Oh, die ist down, jawohl, die Blümchen, Tossi, die alte Schlampe, die da sitzt. Nice. Nackt natürlich ist sie da und alle Tribute für mein, für, 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 oh, Nevermind, Nevermind, sehr schön, das bekommt mein Begleiter. Das ich dann auf jeden Fall vorproduziere, dann passt das, das geht mit Minecraft, das ist gar kein Ding für den King. Singleplayer, denke ich mal, auch so ein bisschen Hackset spielen. Und dann wird es ein Video von Minecraft, wenn ich das auf jeden Fall die Reihe bekomme und das passt, täglich geben, das ist, glaube ich, auch ziemlich gut, oder nicht? Ein Part pro Tag von Minecraft wäre cool und Minecraft macht ja ziemlich viel Spaß, solange ich daran Spaß habe, wird es das geben. Ich denke mal, das freut auf jeden Fall viele, weil 90% der Spieler auf der Welt, 90% der Leute, die YouTube-Videos schauen, die gucken sich auch Minecraft an und spielen auch Minecraft. Und Minecraft ist ziemlich cool, macht auch sehr viel Spaß, deswegen möchte ich es ja wieder bringen. Da kann man auf jeden Fall wieder ganz viele andere Leute einladen, ganz viele andere YouTuber, da habe ich auf jeden Fall wieder Bock drauf. Äh, was wird es da rausgekommen? Natürlich, oh, schon wieder alle Attribute für meinen Begleiter. Äh, für mich meine ich, jawohl. So läuft es auf jeden Fall richtig geil. Nochmal ein, nice. Intelligenz, bitteschön. Sehr schön. Ui, die hässliche Ente kommt jetzt. Die hässliche, hässliche Ente. Mit Außeratrang können wir sogar noch mehr hier vernichten. Aber egal. Ja, das war's so mit Minecraft und viele, viele andere Projekte. Ich werde also da was mit reinpacken, aber mehr wie drei oder vier Videos pro Tag werde ich nicht rausgehen. Das kann ich euch schon mal sagen. Das kann dann so weit sein, dass einfach mal Minecraft verschoben wird und so weiter. Ich möchte nämlich immer währenddessen noch ich das Ganze mache. Es hört sich jetzt sehr viel an, aber wenn wir das Ganze fortproduzieren, dann geht das eigentlich. Ich möchte gerne auch ein Singleplayer-Spiel immer mit Let's Playen. und da lege ich mein Augenmerk doch sehr stark auf, oh, er hat noch nichts sehr gut, jawohl, auf Horrorgames, Leute. Ich habe Bock auf Horrorgames und es wird wohl in der Zukunft ganz, 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 ganz viele Horrorgames wieder geben, mit Facecam natürlich, weil Horrorgames, Leute, es macht einfach nur Spaß, oder? Ich hoffe natürlich, ihr überwindet euch dann und schaut das auch. Ich überwinde mich auch, um das zu spielen. Was gibt's da? Among the Sleep DLC, Daylight, The Evil Within, Alien Isolation, glaube ich, heißt das, wenn ich falsch spreche, Entschuldigung, Isolation, da sind alle schon vier Titeln und Alien Isolation und Evil Within sind locker 40, 50 Parts. Sowas um den Dreh, glaube ich, 30, 40 Parts. Das sind sehr viele Parts, die man da machen muss, weil das Spiel ist sehr lang. The Evil, äh, Daylight ist nicht ganz so viel, ist auch ein geiles Game und DLC von Amongst the Sleep ist, glaube ich, auch nur, ist, glaube ich, nur eine halbe oder eine Stunde lang. Das kann man schnell ab, ab frühstücken. Aber das ist ein Spiel, die ich geplant habe, mit 1440p dann aufzunehmen, sollte mit dem PC dann drin sein und auf jeden Fall 60 FPS. Ob wir dann hier 60 FPS einführen, weiß ich nicht, ich glaube, das bringt nichts. Ja, das ist so die Zukunft, die ich, beziehungsweise das, was ich so plane, was ich so im Hinterkopf habe. Ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu reinposten oder gerne mal schreiben, welche Spiele ihr gerne sehen wollt. Ich habe ja gestern in dem Part angesprochen mit dem Update und habe viel auf Hero Zero bezogen. Hier habe ich jetzt alles fertig, genau. Weiter auf Server 34. Hallo Server 34, hallo. Ich habe ja da Hero Zero angesprochen und viele kommen jetzt wieder, beziehungsweise melden sich so, Lars, ich bin bei die Abonnent, auch neue Abonnent, und ich kenne das Spiel Hero Zero gar nicht. Wird auch cool, wenn du es mal zeigst oder vorstellst oder da mal ein paar Parts machst. Hero Zero, Leute, ist echt so ein, so ein, weiß ich nicht, das Hero Zero ist einfach ein geiles Spiel. Man kann es einfach nur so sagen. Aber, Shakes and Fidget und Hero Zero gleichmäßig zu machen, wenn wir ein Team, was? Äh, was soll das heißen? 2,5, was ist denn hier los, Leute? Da bin ich ziemlich rumgespäbt hier. Na, egal. Hero Zero und Shakes and Fidget gleichzeitig machen ist so gut wie unmöglich, einfach von dem, von dem, von dem Zeitfaktor. Dann könnte ich ja gar nichts mehr machen. Da bin ich ja den ganzen Tag nur am Zocken. Also, noch mehr wie jetzt. Es gibt Zeiten, wo ich nicht spiele, wo ich was anderes mal mache. Und das würde auch mit dem Projekt, den ich gerade angesprochen habe, auch möglich sein, wirklich. Das würde möglich sein, dass ich auch mal nebenbei was anderes mache, weil ich viel vorproduzieren kann und dann auch irgendwo mal hingehen kann oder sowas in der Art. Auch wenn ich Shakes and Fidget und Hero Zero täglich bringen würde, das wäre einfach nicht möglich. Ohne Witz. Hero Zero ist geil. Ich kann ja gerne mal reingucken, wenn das wieder so gewollt ist, dass ich da kurz ein paar Parts mache. Aber auf, auf Dauer glaube ich nicht, dass Hero Zero drin ist. Das ist einfach zeitlich drin, weil Hero Zero frisst noch mehr Zeit wie Shakes and Fidget und ihr wisst, wie viel Shakes and Fidget allein schon Zeit frisst. Interne Angriffe, okay. Das ist wohl scheinbar nicht ganz so gut. Da muss man echt das Ganze mal so bedenken, das ist alles zeitlich nicht so drin. So wäre ich jetzt hier. Ich würde erst mal sagen, wir skillen. Meine Begleiter habe ich die auf maximalem Level. Nein, meine Begleiter muss ich natürlich skillen. Die sind so kacke. Guckt aus, 34, das gibt es ja gar nicht. Waffenladen, Zauberladen, Klöchen, war ich auf dem Klo jetzt? Bitte, 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 bitte. Ja, sehr gut. Das passt soweit. Wir skillen dann eben auf Tauern 200. Das ist okay. Hier noch ein bisschen rein. Kommen wir auf 39%. Locker ist Gold Event, Leute. Gold Event, da läuft es immer. Boah, da fließt es richtig. Warum ist denn kein Kolt Event mit Zauber 35? Start, schade. Hier rein skillen, da rein skillen, 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 skillen. Boah, wie viel man skillen kann bei diesem Kolt Event, ist der Hammer. Ich finde es einfach nur... Nice. Ich glaube, wir auch. Ja, und das waren so die Sachen, die ich ansprechen wollte. Die werden es ein bisschen schneller bei der Zeit. 14 Minuten schon alles durch, was ich ansprechen wollte. Ja, halt die Zukunft auf meinem Kanal. Niede ich sogar vielleicht sogar den Part hier. Ist wohl ein bisschen hochgehoben. Auf jeden Fall. So soll es weitergehen. So habe ich das in Planung. Ich möchte natürlich weiter jetzt schön Let's Plays machen und euch natürlich unterhalten. Wenn ihr Vorschläge habt, was ihr unbedingt gerne sehen möchtet oder was ihr glaubt, was meine Community oder was ihr gerne sehen möchtet, gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Kann man sich das mal anschauen. Da gibt es natürlich einige Sachen, die offen sind. Und wenn euch das so gefällt, könnt ihr auch gerne dazu was sagen in die wunderbaren Kommentare. Dann passt das soweit. Wir gehen nochmal kurz jetzt in den Dungeon. Machen das Video peinal. Oh, ein paar Prozette abgezogen. In der Gilde auch mal betreten. Oh, auch ein paar Prozette abgezogen. So ist es nicht schlecht. Oder Ludwig Lecker angreifen. Hallo Ludwig Lecker. Ich würde gerne ein leckeres Stück irgendwas essen schaffen. Aber nicht weil unsere Begleiter kein, kein, kein Equipment haben. Die bärtige Lady könnte eher fallen. Die könnte eher fallen. Sie muss aber nicht. Sie könnte nur. Ich habe gesagt, sie könnte. Und sie wird jetzt auch. Los, Lucky Lars gewonnen. Lucky Lars ist an. Bitte, 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 bitte. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Komm, wir gehen auf 40 Pilze. Bitte, bitte, bitte. Oh, die ist zu krass. Die ist zu krass, die bärtige Lady. Oder S ist zu krass. Oder eher, kann man besser sagen. Die Gilde, die Mumpad haben wir schon gemacht. Das ist soweit okay. Letzter Gegenkampf haben wir den auch schon gesehen. Den haben wir bestimmt. Ja, wir gewonnen natürlich. Rang 1 immer noch. Wir kleben ganz oben. Ganz oben. Las, amigos. Haben wieder etwas den Anschluss verloren. Ist mir auch wurscht. Denn wir sind die Besten. Wir sind die Baustürung. Klar, wir werfen mit dem Fubi-Sin-Club. Hier schaust du nicht mal wegen Star 35. Hallo Lars. In einem deiner Videos hast du gesagt, dass du auf Star 35 spielen wirst. Da ich ebenfalls dort anfangen möchte, würde mich interessieren, ob du schon eine Gilde gefunden hast. Und falls dem so sein sollte, ob du eine Kontaktperson hättest, bei der ich mich über die Gilde informieren beziehungsweise mich dort bewerben kann. Werde dort so wie hier dran Alupilzer sein. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Sonntag und würde mich über eine Antwort freuen. MFG, der Mar-Sick oder Mar-Kick, Mar-Sick, wie auch immer er ausspricht. Entschuldigung. Hallo. Ähm, bup, bup, bup. Ich werde wohl da spielen und mich in Weit hin lassen von einer Gilde. Ich habe keine feste Plattung, habe ich meistens nie. Bitte im Video. Hallo Zuschauer. Du bist voll nice. Du bist einer meiner liebsten YouTuber. Dankeschön. Ich werde dort wirklich spielen auf Star 35. einen Krieger und werde einfach irgendwo reingehen, was sich so ergibt. Ich bin eine Bonuslampe, ich bin so ein kleiner Gummibär, ich hüpfe hin und her. Nein. Ich gehe einfach rein, wo der höchste Bonus ist. Eingebildeter Mensch, eingebildet. Entschuldigung. Ich mache es wie auf Star 34. Ich hoffe mal, das wird möglich sein. Wenn Star 35 sehr, sehr, sehr krass durchdachte Gilden da sind, kann man da wohl nicht rein, weil die alle Leute schon am Start haben. Werden es sehen, da wird sich immer was ergeben. Und dann passt das schon. Aber ich freue mich schon auf den Livestream, wenn Star 35 startet. Das wird bombenmäßig. Da freue ich mich super von drauf. Das wird einfach nur Hammer-mäßig. Das war Star 34 Start allgemein. Die ganzen Livestreams vom Server-Stand sind einfach nur der Hammer. Ja, Leute. Wir sind aber fertig für heute. Ich habe viel angesprochen. Könnt ihr mir durch den Kopf gehen lassen. Eure Meinung gerne in die Kommentare preisgeben. Würde mich freuen. Wenn es euch gefallen hat, denkt einen Daumen nach oben. Denn ihr seid ein Haufen super niceer Boys. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Und ciao, ciao. Nice.